Die erste alte Tante sprach, wir müssen nun auch dran denken, was wir zu ihrem Namenstag dem guten Sofiechen schenken. Darauf sprach die zweite Tante kühn, ich schlage vor, wir entscheiden uns für ein Kleid in Erbsengrün, das mag Sofiechen nicht leiden. Der dritten Tante war das recht, ja, sprach sie mit gelben Ranken, ich weiß, sie ärgert sich nicht schlecht und muss sich auch noch bedanken.